Hallo Leute! Möchten Sie die 10 gruseligsten Unterwasserbewohner kennenlernen? Also, fangen wir an! 10. Platz, Riesenkalmar 9. Platz, Koboldhai 8. Platz, Riesenasseln 7. Platz, Riesenspinnenkrabbe 6. Platz, Sternguckerfisch 5. Platz, Seeteufel 4. Platz, Viparfisch 3. Platz, Säbelzahnfisch 2. Platz, Tiefseeforellenahl Und an erster Stelle steht der Eidechsenhai Freunde, hat euch unser Video gefallen? Liken und abonnieren. Tschüss!